So, wo stehen wir hier wohl? Natürlich bei Kingdom Come Deliverance. Ich stehe hier mit Dean. Dean, was ist das Besondere an dem Spiel? An Kingdom Come Deliverance ist ganz besonders der Fokus darauf, dass es eine echte Geschichte erzählt, eine wahre Geschichte, die 1403 in Böhmen passiert ist. Und man verfolgt die Geschichte vom jungen Heinrich. Und was an dem Spiel selbst besonders ist, es ist ein RPG, es ist ein Role-Playing-Game, in dem man natürlich auch seine Stats verbessern kann. Aber der Fokus ist besonders auf Combat. Also, dass man ein realistisches Combat drin hat, dass man die Richtungen auswählen kann, aus denen die Schwertiebe kommen. Man hat ein Kombosystem auch dabei. Und das Studio, also War Horse, haben dabei auch sehr eng mit echten Schwertkämpfern gearbeitet, damit alles möglichst realistisch ist. Wie sehen Sie von Ihnen? Und das ist ein евregeliger Megate. So, es wird ein wenig geändert. Wir nehmen dich eben über die Geschichte. die Weltkannung oder der Weltkerniveupper. Und wir sehen uns beim nächsten Mal! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal! Vielen Dank.